Zurück bei Frontschweine. Mein Name ist Steven5092 und erstmal wünsche ich euch allen frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut durchgerutscht ins neue Jahr. Keine Verletzte. Und ja, heute wollen wir mal Mission 2 angehen. Also erstmal ein paar Schweine befördern. Den befördern wir. Gehälte. Ah, Sanitäter nicht so wichtig im Moment. Gut, dann wollen wir mal die nächste einnehmen. Da gab es einen kleinen Hänger. Irgendwie. Naja. Mission 2, die Patrouille. Ach, einfach. Mein muss das sein. Hoffe ich. Scheiß Bäume im Weg, ey. Jetzt setzt's geil was, Burschi. Och nö. Zu weit. Scheiß. Und ab dafür. Glück gehabt. Och nö. Schweinepest. Mach mal mal, Dieb. Was hast du? Bayonett. Sehr sinnvoll. Wird ich. Die sind Pökelfleisch. Weißt du? Catch? Okay. Wir zitten. Och nö. Wir sind schwer. Undbi. Und Coach. Ich weiß sie. Der hat mich. Ich weiß sie. Über проchtet. Ich weiß sie. Ach, schon wieder brauchen die so lang. Feuer frei! Jetzt jetzt auf der Oma! Mordwörtlich! Schneller, die Zeit rennt. Schau mal, was ich für dich habe. Neujahrsgeschenk. Wiedersehen. Der erste ist schon mal am Arsch. Ui, ich bin noch Feuerwerkskracher. Die Ballern hier immer noch. Spätzünder. Ich denke, ich drücke mal hier drauf. Du Sau. Das könnte ein historischer Sieg werden. Den lasse ich erst mal direkt von alleine. Ja, nicht ins Wasser fallen. Ja. Ne Granate für dich. Jo, aber mit Schmackes! Ach, scheiße. Naja, ein bisschen. Im Namen der Föderation! Was geht? Diese dumme Sau. Was soll man denn hier oben drin? Ach, Gott. Manche Kracher sind, die sind wirklich nicht ohne. Denkst du, die schmeißen hier mit Granaten um sich? Hier pisst du auch noch. Und dann ballern die immer noch mit Feuerwerk. Schnauze! Ich nehme gerade auf. Wie viele Probleme? Ich versäunde hier die Aufnahmesession. Ist nichts Persönliches. Wenn du diese Schlacht gewinnst, erwartet dich eine Konfettiparade. Ne, hatte ich schon gestern. Heute Nacht, oder? Ja, doch. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert. Alle. Oder liegt ihr jetzt besoffen irgendwo in der Ecke rum? Neues Jahr, neues Glück. Beide sind bald im Arsch. Eins, zwei Ründchen. Und dann... Bin ich jetzt mit dem dran, oder? Du bist ja ein richtiges Kampfschwein, mein Junge! Weiter so! Bin ich nicht. Jetzt muss ich den irgendwie wieder wegkriegen, bevor meine Sau noch zugrunde geht. Das wird haarisch. Würde mich lieber auf die andere Seite stellen sollen. Was? Oh je, oh je, oh je. Er hat sich nicht die awakener. Merkmalen. Ich hattende es nicht. Ist's nicht das ist. Also, ich bin auch der Berge. Ich weiß. eine Runde für den und dann ist der cool ich sehe die Zeichen eines großen Siegers enttäuscht mich jetzt nicht ja ist ja schon gut, das packe ich ja noch keine Sorge wiedersehen ich bin getroffen weiter so die Schwächlinge können einpacken der und dann tja, Mission erfüllt weiterer Teil ist genommen von uns zwei Örtchen Orden so ist wieder langsam das Ende dieser Folge sorry dass im Moment nur kurze Folgen kommen aber ich habe leider nicht so viel Platz auf meinem PC deswegen muss ich die in Stücke später wenn ich eine weitere Festplatte habe kommen längere Folgen mit Sicherheit dann sage ich schon mal danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen habt noch viel Spaß das ist hier ist